Dezember Ne, ah, vom 10. Dezember an Bis zum 16. Da hab ich auf jeden Fall Zeit Pass auf, nicht wackeln, ja? Halt's kurz fest Alter, der Wind, allein der Wind lässt schon die Kamera wackeln, das ist Wahnsinn Also du würdest auch sagen, für ein Tausender rauskommt Uso Ja Das heißt, die Kamera kostet 2 Euro am Tag Und Datenabgleich kostet eben 150 Euro am Tag Was heißt Datenabgleich bei dir? Ja, die Daten, sowas was die... Ja, 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 genau Oder? Ja Machst du einfach 180, machst du die Hälfte Ne, wie meinst du 180? Dann sagst du 200 Euro am Tag Dass ich mit dem Taui rauslaufe, ich will dann mit dem Taui rauslaufen nach der Woche Ja, das will ich eben auch Ja, der weiß, wie anstrengend das ist, das weiß der gar nicht Doch, das weiß der bestimmt Das ist so scheiß anstrengend, Alter Ich wollte das aber nochmal von dir eine Meinung dazu machen Ja, wenn du das abklären kannst, ich bin auf jeden Fall in Salzburg, ist ja nicht weit von Ulm Muss ja nicht in Ulm sein, ich lieg's von Berlin Aber Salzburg hat keinen Flughafen Echt? Vier Stück Ist doch Österreich, oder? Ja Vier Stück, vier... Ich hab geguckt, kostet uns 80 Euro